Herzlich Willkommen! Schön, dass du bei der Venengynastik 5 Minuten dabei bist. Lass uns anfangen. Stelle dich aufrecht hin, mach dich gerade und wir beginnen erstmal ganz locker mit den Beinen. Stelle dich zunächst auf die Zehenspitzen. Komme hoch, stelle dich auf deine Zehenspitzen und komm wieder runter. Im Wechsel. Hoch und runter. Du kannst dich dabei auch festhalten. Entweder an der Wand oder an einem Stuhl. Zehnmal. Hoch und runter. Mach es langsam, mach es kontrolliert und sicher. Auf und ab. Dein Tempo. Deine Intensität. Wir aktivieren jetzt die Wadenpumpen. Okay, schnapp dir etwas zum Festhalten. Ziehe deine Fußspitzen hoch und stelle dich auf deine Fersen. Fußspitze hoch, halten und runter. Im Wechsel. Zehnmal. Sehr schön, du bist super dabei. Halt durch. Achtung. Gut. Setze dich nun auf deinen Stuhl. Du kannst es auch im Stehen weitermachen, wenn du möchtest. Nun, im Wechsel. Hacke und Spitze abwechselnd in die Luft. Mit ein wenig Tempo. Hoch, Hacke, Spitze im Wechsel. Zehnmal wieder. Halt durch. Du bist super dabei. Okay, rechtes Bein ausstrecken, lang machen und die Fußspitze kreisen. Lockere Kreisbewegung und Seite wechseln. Selbe Spiel, selbe Regeln, andere Seite. Okay, Füße wieder auf den Boden. Linkes Bein ausstrecken, dann rechtes Bein. Im Wechsel. Lang und lang. Gerade machen die Beine und ausstrecken. Super. Durchhalten. Und letztes Mal. Ausstrecken. Andere Seite auch letztes Mal. Super. Stelle dich wieder hin. Schnapp dir etwas wieder zum Festhalten. Und wir machen nochmal mit deinen Oberschenkeln weiter. Zieh die Oberschenkel, ziehe die Knie weit nach oben. Sehr gut. Durchhalten. Weit nach oben nochmal. Endspurt. Wir machen die Beckenmuskulatur noch einmal frei. Lockere Kreise mit den Knien vor dem Körper. Dieser Teil ist nun etwas ganz kurzes gewesen. Wenn du mehr dazu haben möchtest, wenn du mehr Anleitungen haben möchtest, eine ausführlichere, dann freue ich mich dich im Kurs die Kraft der Atmung zu begrüßen, wo ich dich persönlich unterstütze. Wenn das für dich interessant ist, schau unter diesem Video in der Videobeschreibung. Du hast es gleich geschafft. Noch 3, 2, 1, letztes Mal. Super. Okay. Einmal nochmal die Beine ausschlackern. Geh nochmal kurz auf der Stelle. Du hast es geschafft für heute. Mach gerne morgen wieder mit. Bis morgen.